Die Kategorie Open Rallye, die drei Fahrzeuge der mindestens rapide sind die Golf Gimotor de Klein, die Quattro Sport Darnessant Notativ Functionnato Methanol, eine Golf 4-Ruh-Motrice animiert mit zwei Motorräumen. Jochi Klein zählt seit Jahren zur deutschen Rallye Spitzenklasse und hat auch mit dem Doppelmotor VW in zwei Jahren Erfahrung gesammelt. Bergmann baute an dem Super VW sechs Monate. VW sechs Monate. Untertitelung des ZDF, 2020 Klein fährt ein wenig eckig, um nicht zu sagen, im Holzhacker-Stil. Trotzdem scheint der VW bei der Zwischenzeit an zweiter Stelle auf. Aber knapp vor dem Ziel schadet der Doppelmotorrenner mit defektem Kugelgelenk der Radaufhängung aus.